So meine Lieben und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2. Der Postmann ist leider immer noch nicht da, weil er, also er war quasi bei mir um die Ecke, aber dann ist er wieder weggefahren. Und nun ja, es ist wie es ist. Wir starten weiter und hoffen, dass wir jetzt nicht schon wieder dermaßen auf die Mütze kriegen, wie in den letzten Three Parts. Das war schon echt ein bisschen deprimierend. Na Gott, der hat erst mal einen Niesanfall gekriegt. Koffer, mein Herz nicht allzu doll. Ich glaube, ich muss dahin schwingen, oder? Schwingen. Oh Gott, wer sich erinnert, Teil 1 und schwingen. War schon immer ein kleines Problem. Ups. Na ja, stimmt, Mensch, Waffen. Öh, er ist direkt schon, er ist direkt schon on fire hier, oder was? Uh, nice. Soll ich jetzt da schon hochgehen, ob der das mitkriegt? Kriegt er nicht mit. Aha, aber wenn ich die Wand durchklettere, das ist dann... Da ist er! Gut, chill doch mal in der Base hier, oder? Ich kann dir an die Globen hier, die haben wir probiert. Ja! Freust dich wieder, wa? Kleiner Lutscher, Alter. Der, 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 der... Das weiß ich gar nicht, ja. Ja, jetzt geht's los. So wird das nämlich immer geregelt, Alter. Arschlöcher, ey. Die Pestzeug holen. Musik ist jetzt einfach mal so kurz gekommen. Hier ist ja gar nichts. War ab hier. Oh. Da sind wir die. Roland Emmerich. Nee, wie heißt sie? Diese, diese, diese Tröte. Oh, hallo. Da ist er ja, die, Mann. Der musste da jetzt runterfallen. Da lag ein Schatz. Bin mir ja richtig sicher. Ähm, jo. Wiedersehen. Da ist er. Gibt Angst, Alter. Hier sind irgendwie ja nix. Eh. Oh, oh, oh. Wollte mich jetzt nicht zu dem Typen dazu gesellen. Ähm, hier. Da ist er rüber, oder? Ähm, hallo? Ähm, hallo? Entschuldigung. Oben lang? Kann natürlich auch Sinn, ne? Wird wahnsinnig. Da jetzt auch nicht hoch. Natürlich geht er auch nicht rein. Ähm, Entschuldigung. Wo kann man denn hier mal, äh, weitergehen? Und damit die, da ging es rüber springen. Ob ich denn einfach mal da rüber springe? Oh, oh, oh. Von wem war jetzt nochmal die Idee, dass ich alleine gehe? Warte mal, da oben. Doch, ich muss doch da oben lang. So, das läuft ja schon mal wieder hervorragend hier. Möchtest du nicht da oben? Doch, das muss doch hier. Oh. Hat gesehen. Wollte ich nur ein bisschen trollen. War ja völlig easy. Völlig easy, Mensch. Da hat es gesehen. Ist doch klar, dass man hier lang muss. Ähm, ja, und jetzt hier rüber. Glatt auf die Dich, aber. Verdammt, worauf schießen Sie? Wo was schießen die wohl? Wenn es nicht auf dich ist, dann schießen sie. Alter, da. Boah. Diese kranken Viecher. Ziegenbeer. Augen rufen. So, wo möchten wir denn eigentlich lang? Wir wollen nicht ja am besten großzügig umgehen hier, die ganze Szenerie. Aber ich schätze mal, das wird nicht passieren. Dann würde ich sagen, einfach mal. Alter, fuck, what it? Ich glaube, ich spinne hier. Ey. Bester Mann, Junge. Hm. Oh, seht ihr denn? Ach, guck mal da. Ach, ja, es ist einfach nur schön. Wo bist du denn? Wo bist du denn jen? Oh. Okay. Okay. Oh, Scheiße. So, okay, jetzt kommt hier. Kann man hier schon wieder was hier sehen. So, mal wobei ich's kann, Alter. Ach, hier so'n Raketenwerfer auch noch schön. Gucken wir uns hier mal ganz um. Wer noch Geld hat, Shit ist. Die Musik ist ja sowas von episch gerade wieder. Alter, Aua! Ey! 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 Der passt auf keine Kuhhaut, oder? Da, da, also, da fehlen mir doch die Worte, wo kommt er denn jetzt her? Ah! 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 Er hat sich ja bestimmt die ganze Zeit, ich, 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 du, 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 ich hab' Zeit. Ich komm' ein bisschen später. Da hab' ein Grock umgetrunken, da hab' ein Glühwein. Wo? Da leg' mal da eh ne Patron aufgehoben, ne? Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, hier blöden Penner hier. Raketenwerfer, okay. Ich würd' ja einen Raketenwerfer und, äh, die Tiere benutzen. Da ist noch einer. Boah! Geh' mir direkt, äh, durchs, äh, rechte Bein, muss ich sagen. So Gänsehaut, so eh mal runter. Ja, genau, musst du nicht, nee, ist überhaupt kein Problem. Mach's zur Zeit. So, wo ist Elena, wenn man sie mal braucht? Elena. Elena Fischer. So, mhm, ja. Einfach hier runter sterben. Einfach darüber, nicht möglich. Klettern, auch nicht möglich. Also, Rimmensgemüse. Die war tatsächlich. Bin erschüttert. What? Wer denn, wo denn? Wer, wen sucht ihr denn? Ach. Uh! Das Fatboy. Tod. Wollt ihr mich eigentlich ein bisschen rollen gerade, oder was? Und. Ungünstig. Oh! Das ist doch einfach nur... Ich meine, das Spiel kann man auch extrem schwer oder genau anfangen, los spielen. Und ich frage mich, wie in Gottes Namen soll das denn bitte schön gehen? Ich meine, ich habe das Spiel eher genau auf Platin durchgespielt, damals auf der Playstation 3 und ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich so dermaßen in den Anus geprügelt wurde. Hat er nicht gecheckt? Und jägt nur noch 14 Schuss, das ist natürlich äußerst schade. Hey, hohohoho! Eier Gottes Willen, Johan! Und hier ist wieder gar nichts hier oben. Und ich habe noch 13 Schuss, ich krieg die Krise. So, ich kann natürlich versuchen. Wo gibt es ja 3 Schuss dafür? Warum eher nicht einfach? Oh! Oh! Was mach ich denn hier? Mann, Alter, eh wirklich. Er lebt noch! Ja, ist klar! Ja, ja, komm! Alter, du. Alter, Runde fuck, Junge. Es ist ja nicht zum Glauben. Es ist wirklich nicht zu glauben. Wo ist er? Die fetten Penner, Alter. Oh. Oh. Komm, Alter, eh. Ja, und die wollte ich wegschmeißen, ja. So, und jetzt sind die alle tot, oder was? Hey. Wer lag im Schnee? Ein Schuss. Okay, da unten sind aber noch welche. Sehr geil. Davon legt sieben Schuss, ich meine... Ähm, ja. Warum bin ich jetzt hier? Wo muss ich hin? Da nach oben, oder? Tipp. Ja, okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, war schön, war das die doch nicht, oder was? War schon echt anstrengend. Muss ich sagen. Will nicht sagen, dass das jetzt keinen Spaß macht, aber ich sag mal, es zerrt ein wenig an den, äh, an den Nerven, weil das doch echt teilweise so, oh, unnötig, ne. Einfach nur unnötig so ist. Das nervt ein bisschen ab. So. Wen haben wir hier? Schon mit da unten? Fetten. Ähm, ja. Kann ich, glaube ich, runter, oder? Ohne, dass mich jetzt irgendwas abnervt und tötet. Nate. Hier geht irgendwas seltsames vor. Hier sind irgendwelche Tiere? Ja. Vor denen hätte ich dich vielleicht warnen sollen. Mich warnen? Du wusstest von diesen Viechern? Wann wolltest du mir das sagen? Ich komme ihnen einfach nicht in die Quere, okay? Oh, rechne mal kurz zurück die ganze Zeit, da habe ich so eine Action-Deballer. Es gab keine Zeit, sich darüber zu unterhalten. Wo sind sie denn? Schweinehunde. Hä? Wo denn? Okay. Und diese Musik kommt dann. Schätze, guck mal, dass hier alles gut ist. Macht die Pläse wieder aus, Alter. Achso. Ups. Na, nee. Ich würde am liebsten sagen, es ist schon spät, aber es ist ja nicht mal. Es ist gerade am Mittag. Das macht es eigentlich viel viel schlimmer. Sie brauchen Verstärkung. Schickt Verstärkung. Ruhig, Nate. Ruhig. Ey. Sie sind alle tot. Diese Dinger haben sie zerfetzt. Sie sind Döller. Was sind das für Dinge? Ja. Schwier so ein dicker. Zwei dicke. Drei Granatenschüsse und eine Granate pro Nase. Da ist schon heftig. Da ist es schon heftig. Also mit normalen Waffen. Hör mal, um hier rumzubrollen. Das geht jetzt Zeit. Oder halt mich gerade mit meinen Zuschauern. Ähm. Mit normalen Waffen glaube ich nicht so wirklich easy peasy. Da. Was zu reißen. Bin jetzt einfach mal instinktiv hier hochgelaufen. Irgendwie. Oh, endlich. Arm hier so. Der Turm. Achso, der Turm. Stimmt, da wollten wir ja hin, was? Die haben wir ja völlig vergessen. Ganz herum die Brülle hier. Rum ich schieße, rum ich sterbe. Macht mich gefährlich. Ich hab deine Entschuldigung in Sand. Hör zu, ich brauch einfach noch ein bisschen Zeit. Du hattest wirklich genug Zeit. Ich habe euch den Dolch besorgt. Also. Wo ist das Tor nach Shambala? Wartet, Soran. Wir wissen... Ich lass mir durch deine Unfähigkeit nicht die Turm vermasseln. Ist das klar? Die Antwort ist irgendwo in diesem Raum. Wir müssen sie bloß finden. Und Rake ist hier immer auf den Fersen. Sieht aus, als hätte ich auf den falschen Mann gesetzt. So ein Arschloch. Ich... Ich versuche mal ihn zu beruhigen. Bleib... Du hier. Vielleicht findest du was raus. Okay. Denk nach, Chloe. Denk nach. Das gehört mir. Nate? Verschwinde hier. Wir fangen in den Dolch. Sie werden gleich wiederkommen. Chloe, zwing mich nicht dir wehzutun. Und was soll ich sagen, wo der Dolch ist? Dir fällt schon was ein. Das tut's doch immer. Tu mir eingefallen. Mach dieses Arschloch fertig. Okay. Wonach suche ich? Mein Schatz. Sekunde, das kommt mir bekannt vor. Kommt es, ja? Dann lass uns doch mal in das kleine Handbüchlein gucken. So, wir haben... Was haben wir denn hier? Na, was guck ich? Wo oft? Das sind meine Probleme... Oh, hallo. Hallo. Pema. Pema. Naja, ist ja egal. Ähm... Wir suchen... Wenn man die blättern kann, ist das natürlich immer ein bisschen... Ach ja, guck mal hier. Das deutsche... Dings, Dinger... Bums. Haben wir das schon? Die sind ja nicht mehr... Was für... Ach, guck mal hier. Okay, warte mal. Wir stecken jetzt mal weg. Wir gucken jetzt mal, was wir überhaupt hier an der Wand haben. Aha. Wir haben... Weiß ich nicht. Wir haben... Eine Schlange. Oder einen Drachen. Den Dragon Ball Drachen. Ach guck mal, da waren wir so auf der richtigen Seite. Mieze Katze. Und irgendwas anderes. Ach guck mal. Können wir uns hier mal... Ne. Okay. Wir haben Mieze Katze. Mieze Katze, das andere. Red West. Tiger Green East. Scheint eine Farbe zu gehören. Ja. Und... North Yellow. Und Dragon... South. Ja. Gut. Alles klar. Geht's hier. Löst, Lord. Hast du jetzt was du willst? Leg los. Los. Ne. Mach. Gut. Dann mach ich's halt selbst. Das könnte sein. Nein. Das Grün. Wollte ich sagen. Ab zu Kitty Cat. Kitty Cat ist hier. Ah, das ist am falschen Platz. Warte, bist du steif? Ach so, hier steht was drauf oder was? Ach so, das sollte ja nicht die Farbe sein. Aha. Mhm. Okay. Dann warten Sie einen kleinen Augenblick. Äh. 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 Versteh ich nicht. Grün. Das Ding. Das ist doch grün. Aber ist falsch. Weil das gehört nämlich... Weil das ist nämlich... Weil das ist nicht... Das ist nämlich was anderes. Schlapp hier, das Ding. Weil das ist hier nämlich das Richtige. Nehme ich's nicht. Oh, ist denn die Muster? Irgendwas an der Seite. Die sehen gerade gleich aus. Hm. Oh. Hups. Wollt's ja nix kaputt machen. Okay, warte mal. Schatten bei dem Drachen. Bei dem Drachen steht. Dragon Thors. With water in the color white. Ja. Snow lion. With earth element. Erde. Das ist das hier. Wasser. Wind. Und das andere. Fire. Ja. Mhm. Gut. Okay. Aber wo anerkenn ich, warte jetzt hier Luft ist. Und während der anderen Scheiß. Warte ist Kreis. Weil das... Verstehe ich nicht. Das ist ein komisches Rätsel. Ich nehme jetzt das und das kommt nämlich hier hin. Die haben alle so ne komischen Dinger da vorne drauf. So ne Zeichen da unten. Oder haben sie die alle? Die haben sie alle. Okay. Pass mal auf. Kriegst du das jetzt hier? Ja. Habe ich mich gewusst. Mhm. Hm. Was jetzt? Jetzt pass auf. Jetzt kommt das nämlich hier. Kommt jetzt nämlich, äh... Da hinten hin. So. Ja, siehst du nämlich mal. Wie geil ich das hier mich hier mache. Und jetzt kommt nämlich... Ditte. Kommt jetzt nämlich da hin. Das wär die... Chinamann Musik. Haha. So. Kommt jetzt der Wurfel. Weil der Wurfel symbolisiert nämlich, äh... Genau. Wollte ich euch nur mal gesagt haben. Ich bin jetzt ehrlich. Ich habe dir gerade nur durch Zufall gemacht. Und... Wirklich. Habe ich nur geraten. Und... Offensichtlich hat sie stimmt. Warum? Also... Das sollte gehen. Oh nein. Okay. Und jetzt passt auf. Okay. Die Symbole kenne ich schon. Aha. Leer. Das ist... Guck mal gut. Diese eine Seite ist leer. Das ist hier noch was. Gott. Ah. Guck mal. Ja, 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 ja. Also... Guck mal, hätten wir uns ja auch eigentlich leicht... Ach so, ja. Guck mal, da steht's ja auch. Hahaha. Ich meine, ja. Hab ich natürlich gewusst. Also, ähm... Äh... Hier vorne haben wir Ditte. Das ist Erde. Und Erde ist diese komische... Ditte. Okay. Nun warten sie. Nein. Das ist es nämlich. Ja. Das war... Äh... Das andere. Das war nämlich... Feuer. Und das ist Ditte. Okay. Nein. Ditte, ne? Durchsagen. Ist das richtig? Ne, das ist zu komplett. Okay. Ja. Bitte drücken sie. Die Taste. Ah, genau. Das ist es. Okay. Dann haben wir hier vorne... Das ist nämlich das Kreise. Das runde Ding. Das ist nämlich das Wasser. Und Wasser ist... Ein... A. Mit... Ein schnelles A. Mit Zisch. Am Ende. Am Anfang. Aber ohne diesen Bubbel da oben, oder? Nimm ich das, oder? Ja. Das würde ich sagen. War das ohne Bubbel? Ja, Bubbel wäre mir... Doch, mit Bubbel. Ver... Flucht. Denn es ist nämlich das hier. Sah mir auch direkt schon so aus. So, und die Pyramide... Ist denn... Einerg mich... Nein. 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 Ich meine ja. Oh. So. The next, please. Dreiseitig. Genau wie der Dolch. Ach so. Ich dachte jetzt... Genau wie auf meinem Buch. Bäh. So, so, so. Was ist denn das? So, 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 so. Bei uns Forschern ist das so. 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 So, so. So. So, so. So. So, so. Untertitelung des ZDF, 2020